Liebe Freunde, oder wie man bei uns in Niederösterreich noch sagt, sehr geehrte Damen und Herren, bei uns wissen die Leute noch, ob sie Mandel oder Weiberl sind und sie brauchen sich dafür nicht zu genieren. Sie wissen, ob sie aufs linke oder aufs rechte Klo gehen müssen und stehen beim Wieselburger Volksfest nicht ratlos vor dem Planeten und wissen nicht, wo sie jetzt hingehen sollen. Bei uns weiß noch jeder, was er ist und wo er hin muss und diese Normalität, liebe Freunde, die lassen wir uns auch sicherlich von niemandem nehmen. Wir wollen in Niederösterreich, in dem Sicherheit, Wohlstand und Anstand unser Wertefundament sind und nicht Angst, Armut und Korruption um sich greifen. Wir Freiheitlichen stehen für eine vernünftige Politik, bei der die eigenen Landsleute ganz vorne stehen und dann kommt einmal ganz, ganz lange nichts. Liebe Freunde, hocken wir es gemeinsam an, zeigen wir weiter, dass echte Veränderung möglich ist, kämpfen wir Schulter an Schulter gemeinsam mit den Österreichern für eine bessere Zukunft für unsere Kinder und ebnen wir den Weg für einen freiheitlichen Volkskanzler, der eine Bundesregierung anführt und den Rest erledigt, ganz im Sinne von Österreich zuerst. Glück auf und Prost, liebe Freunde! Druggang! 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 Dr Literally! Vielen Dank.